Tulsa im US-Bundesstaat Oklahoma. Hier will Präsident Donald Trump seinen Wahlkampf mit einer Großveranstaltung wieder aufnehmen. Doch sein Auftritt in Tulsa ist höchst umstritten. Nicht nur wegen der Gefahr, dass im dichten Gedränge das Coronavirus massenhaft verbreitet wird. Angesichts der anhaltenden Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt stehen auch der Zeitpunkt und die Wahl des Ortes in der Kritik. Ursprünglich wollte Trump jetzt am 19. Juni sprechen, dem Tag, der als Juneteenth bekannt ist und an dem an das Ende der Sklaverei mit dem Sieg der Nord gegen die Südstaaten erinnert wird. Trump verschob den Termin um einen Tag, hält aber an Tulsa fest, obwohl die Stadt vor 99 Jahren Ort eines Massakers gegen Afroamerikaner war. Das ist der Greenwood-Distrikt nach dem Tulsa-Massaker von 1921, als 300 Geschäfte von Schwarzen zerstört wurden. 1200 Häuser wurden komplett zerstört. Bis zu 300 Menschen wurden getötet. Auslöser waren Vergewaltigungsvorwürfe gegen einen jungen Schwarzen. Die Polizei hatte die Angreifer mit Waffen ausgestattet. Viele Behördenvertreter gehörten dem Ku Klux Klan an. Im heutigen Greenwood reagieren die Menschen deshalb besonders sensibel auf die jüngsten Fälle von Polizeigewalt. Trump ist hier nicht willkommen. Unsere Gemeinschaft ist immer noch emotional aufgeladen. Wir sind immer noch verletzt. Wir haben immer noch Schmerzen und wir leiden noch immer. Das ist nicht der Zeitpunkt für Trump, nach Greenwood zu kommen. Ein Großteil der Menschen, wenn nicht sogar alle, empfinden das als einen Schlag ins Gesicht und als Zeichen der Respektlosigkeit. Als Trump seinen Auftritt vor einigen Tagen bekannt gab, sagte er, die Menschen in Tulsa würden sich auf ihn freuen. In Tulsa, Oklahoma. Ein herzlichen neuen Veranstaltungen. Brand new. Und sie sind glücklich, sie haben einen tollen Job gemacht.